Direkt auf den Medic rauf Direkt auf den Medic Weil ich gesehen habe, der hatte zwei Strikes Und dann haben sie Markov allein gelassen Dann habe ich Sneak Attack auf Markov Ihr habt es doch gesehen, was labere ich euch das denn? Hallo, ihr wart doch dabei Oh Oh Mann, ey Scheiß jemand Nerf Grants, Leute Nerf Grants Habe ich nicht mitgerechnet, niemals aufgeben Leute, ihr habt es heute wieder gesehen Ihr dürft niemals aufgeben, Leute Nächste Runde Eine Runde kriege ich noch hin So gegen 10 wollte ich Feierabend machen Alter Das war geil Das war einfach nur geil Immer dranbleiben Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute Ich muss ganz ehrlich zu euch sagen Ich habe erst überlegt, ob ich mich stelle Und mich abknallen lasse Aber ich bin Kämpfer Ne, ich gebe nicht auf Ich gebe nicht auf, ey Jetzt aber erstmal eine entspannte rum Ich kriege sonst irgendwann Wird mein Arzt mir sagen Tut mir leid, Herr Grants Sie dürfen leider keines Keines Streams mehr machen Ihr Herz macht es nicht mehr mit Oh Mann, Grants ist ein Teufel Er hat am Unglückstag Glück Am nächsten Patch wird Grants genervt Ist das krass Grants spielst du mit einer 4 GB Oder mit einer 8 GB Nix von beiden Ich glaube, ich habe gerade mal 2 GB So, Leute Wer fehlt noch im Bunde? Der Geist Und Ablenkung So Und die Abklingzeit Reduktion Meine Güte Meine Güte So Jetzt erstmal wieder klarkommen Oh nein, Flash Wieso leckt es bei dir? Das ist echt schade Was mit Nosgoth Wurde noch nicht released Oder Hast du die neuen Maps schon gesehen? Ja, ich habe die neuen Maps schon gesehen Und ich muss sagen Ich finde es richtig scheiße Dass Oh, guck mal Die sind ja alle Elite-Skin Das ist ein eingespieltes Team bestimmt Die sind alle Elite-Skin Und ich kann schleichen Geil Was ich sagen wollte Was ich mega scheiße finde Ist, dass die auf der Xbox Einfach einen ganzen Monat Vorher released werden Was soll sowas denn? Das finde ich schon ein bisschen krass Muss ich ganz ehrlich sagen So, sie haben Ape Da muss ich aufpassen Ich glaube, das neue Monster Wird Grants heißen Es wäre echt lustig Aber Ich denke nicht, dass das passieren wird Oh, da vorne Richtig schön viele direkt Ah Komm schon Habe ich die erwischt? Ja Naja, einen Ey So, okay Ich muss jetzt auch mal schnell essen Sonst kriege ich nämlich gleich ein Problem Oh, fuck So, okay Ey Auf mich anzugreifen Du dreckiger Schuft Oh nein Ah Gott Mit dem möchte ich mich noch nicht prügeln Äh, ja Das war ein Schleißer mal Der verfolgt mich Lass mich So, hallo So, jetzt erstmal schön schnabulieren Ey Waren die da vorne? Ne, ne Und hallo Okay, also mit dem Geist Hoffe ich wird's nur entspannter Runde als mit Goliath eben grad Ich dachte grad, das ist Daisy Dass ich dann gemerkt habe, ey, die spielen noch mit Abe Vollhonks So, wenn wir noch jemanden fressen Können wir evolven, meine lieben Leute Und hallo Ah, hier wäre eigentlich schon fast ideal jetzt, um zu evolven Aber wir machen's anders, Freunde Wir machen's anders Ich werde irgendwo hingehen Wo ein bisschen was an Futter ist Zum Beispiel hier So Und hier evolfe ich jetzt schnell Ich hoffe, dass das reicht So, zack Dann holen wir uns auf jeden Fall die Entführung und die Ablenkung Ich liebe die Ablenkung Okay, komm, 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 komm Komm, da sind sie Nicht hier Doch, da sind sie Und weg hier Und hier hinten hin Das dürfte gereicht haben Um abzuhauen Hoffe ich So, und jetzt probieren wir mal wieder was Oh Und weg hier Habe ich's geschafft rauszukommen Ne, die haben gar nicht gedomed Okay Na gut, dann halt nicht Dann wäre der gute Grants halt hier noch ein bisschen Euch behelligen So, jetzt bin ich hier wieder Wo ich mir eigentlich meine Beute zurechtgelegt hatte Der Grants kommt wieder und holt sich das, was ihm zusteht So, wir schleichen mal wieder ein bisschen Okay, und Weg hier Keira Ah, shit Okay, ich muss hier weg Die haben mich doch noch mitbekommen Das wäre so schön gewesen, wenn ich Keira jetzt einen Strike verpasst hätte Das wäre echt ein Traum gewesen, meine lieben Freunde Hat allerdings nicht geklappt Okay Kann halt nicht Die Busch-Taktik funktioniert bei mir immer Weil ich einfach sneaky-beaky unterwegs bin Aber diesmal Sollte es scheinbar nicht sein Wollt ihr die Busch-Taktik nochmal probieren? Eigentlich müssten wir's ja mal machen wieder Einfach nur, um zu schauen, ob die noch real ist, die Busch-Taktik Okay, passt auf Ich gehe mal da drüben hin Sind sie hinter mir? Ja, sind sie Ah Mist, ich bin immer noch Ich bin immer noch markiert Ah, jetzt ist die Markierung weg Ich wollte extra da die Busch-Taktik probieren gegen die Okay, warte Wir probieren jetzt mal was anderes Grants regelt, Leute Woher wusste der so schnell, dass ich da bin? Oh, schön Ach, da vorne ist sie Hallo Ich habe gehört, ihr wollt mal ein bisschen gegen mich kämpfen Da dachte ich, okay, warum eigentlich nicht? Meine Rüstung war nämlich ganz gut aufgefrischt Da kann man sich doch mal was gönnen Ich bin noch markiert, wieso kommen die nicht hier hoch? Ich bin noch markiert Hä? Ja, okay Wenn ihr nicht kämpfen wollt Wir müssen nicht kämpfen Muss ich das verstehen? Zeit für die Schwerden Hier So, hier drüben gehe ich hin Der neue Porsche Boss da So schnell wie ich bin So Leute, guck mal Jetzt machen wir es Jetzt machen wir es Ah, ich bin immer noch markiert Ich hoffe die Markierung geht rechtzeitig weg Ich tue noch so, als ob ich nichts mitkriege La 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 Der Grants macht hier so Stuff Geht hier lang Ist ich doch nicht so sicher Geht hier lang Auf einmal schleicht der Hier Ich spiel mal mit dem Die sehen mich doch oder nicht Ich bin immer noch markiert Okay, ich bin nicht mehr markiert, Freunde Jetzt würde ich gerne mal das Spielchen mit euch spielen Ja, okay Ist ja unfair Jetzt seht ihr mich ja schon nicht mehr So, warte Soll ja fair sein, ne? So Jetzt gehen wir in unseren Lieblingsbusch In dem wir schon ein paar Mal überlebt haben Und verstecken uns So Da kommen sie Da kommen sie Und sie sehen mich nicht Oh Das ist irgendwie süß So, mal gucken, ob sie es jetzt gecheckt haben Oh ja Okay, alles klar Dann hau ich mal eben ab Aber war cool, oder? Komm, müsst ihr zugeben Haben wir schon lustig gemacht Pass auf, pass auf Jetzt werde ich den nächsten Trick probieren Und verstecke mich hier Diese nur zu dritt Komm schon Hallo Ah, okay Verstecke ich mich halt hier Wo ist der dritte eigentlich? Ach, der vierte Klar, meine ich ja Hallo Moin Na, wie geht's dir? Ach, der hat das Schild Okay Ich sollte eigentlich richtig spielen Wenn ich nachher am Ende verliere, ärgere ich mich nur Und boom Okay Der Doppelgänger hat geregelt Ich sollte aufpassen Das ist Das ist nicht gut, was ich hier gerade abziehe Nee, nee, nee Okay Ich spiele ab jetzt gleich richtig Wenn der Dom weg ist Dann Dann wird richtig gegamert So, so Und weg hier Okay, komm Wir spielen wieder Wir spielen wieder Jetzt ernsthaft gespielt Genug gespielt mit denen Vor allem unsere Zeit Wir haben nur noch 10 Minuten Und ich hab's hier Vögel AP verloren Ist auch nicht schön So, okay Vögel ignorieren mich Das ist geil Momentan denke ich eh egal Weil ich eh markiert bin Ja, die Affen lassen wir mal links liegen Aber hier die Die würde ich schon gern schnabulieren So ist es ja nicht Oh, warte Ah, komm schon Ah, dann kriegt der Sein zweiten Strike vielleicht Wenn ich Glück hab Ablenkungsexperte Meine lieben Freunde So werde ich genannt In Fachkreisen Schießen die auf mich Oder Ja doch Scheint so Okay Ist ja schon wieder nur 3 Da hinten war der eine Ganz allein Ja Den holen wir uns Da ist er Na komm Markov Und Das ist doch nicht wahr Wieso Ich kann Markov nicht Das ist doch nicht normal Mach den jetzt Ja, geht doch So Da ist der Medic Okay Hallo Ey, lass die doch die Arme Was hat die Frau denn dir getan Dass du sie so healst Okay Das war's erst mal Und jetzt die Healerin Das wär geil Aber die haben Hank Darf ich nicht vergessen Hank regelt halt Ab und an mal Leider Komm, komm, komm Mach den fertig Moin Lass den liegen Steht Markov wieder Nee Oh doch Jetzt Okay So Dann gehen wir mal hier oben hin Bin nicht markiert Wohlgemerkt Das ist schön Ich könnte sogar Evolven Von meinen Points her Oh, okay Wenn der jetzt down geht Wär's doch nochmal Versuch wert Würde ich fast sagen Ist er down? Nee, die haben ihn unsichtbar gemacht, oder? Warte Wir schleichen uns mal an So Okay, der schildet Nur Moin Oh, shit Da Da hat sie Glück gehabt Die Kaira Okay Einfach mal ausrasten Jetzt gegen die Oh, das klappt sogar ganz gut Zumindest besser Als ich gedacht hätte Hier Trapper Dr. Ghost Und Dr. Ghost Den kriegen wir jetzt down, oder? Das ist nicht wahr Die spielen gut Die spielen gut Muss man ihn lassen Oh, fuck Zack Okay, da haben wir sie wieder Und komm schon Wir müssen den da down kriegen Den dreckigen Schildman Hier Da ist er So Und Hol ihn dir Do your job Oh, scheiße Ich muss auf mein Leben warten Ich sollte abhauen Habe ich eben schon gesagt Dass ich richtig spielen sollte, war? Mich dann trotzdem nicht dran gehalten Das ist natürlich sehr dumm Da muss man sich auch nicht wundern Okay Ich hau jetzt ab Und Dann Werde ich schnell evolfen Dann werde ich schnell evolfen In der Hoffnung Dass das alles dann Seinen geregelten Gang nimmt Okay Wir nehmen jetzt einfach wieder Diesen maximal möglichen Weg halt Und probieren dann So weit weg zu sein Dass die halt nicht hinterher kommen können Und dort evolfen wir dann Klingt das nach einer Option? Ja, ne? Ich glaube schon So Einfach hier schnell Ich hoffe, dass wir es schaffen Er stirbt noch Ja, ich bin zu Großkotzig Bin zu großkotzig Gebe mich ganz offen zu Supernova Und Bin ich jetzt Oh, ich bin dann ja schon Kupfer 3 Okay, da vorne kommen sie Soll ich wieder meinen Lieblingsbusch gehen? Meint ihr, das wirkt nochmal? Oder hier so rein Körperdouble regelt So, hoch mit mir Das war doch schön Dann werden wir erstmal weg Zum Relay Werde ich jetzt noch nicht gehen Ich hole mir noch meine Rüstung Aber dann muss es auch schon schnell gehen Dann muss es echt schon schnell gehen Auch wenn wir nicht mehr so viele Lebenspunkte haben Aber ich kann es mir nicht erlauben Dann noch Großartig viel Zeit hier Zu vertrödeln So, die haben wir Kommen die mir hinterher? Bin mir nicht sicher Oh, die Flash geht wieder Ciao Flash Schön, dass du noch einmal vorbeigeschaut hast Okay, warte Erstmal Droppelgänger losschicken So Oh, zwei Minuten Okay Es ist nicht mehr viel So, wir werden jetzt hier lang gehen Nur Markov ist hier vorne Ich bin am überlegen, ob ich reingehen soll Ich glaube, der da hat gecheckt, wo ich bin Okay, warte Wir machen was anders Und hoch mit mir Und Moinsen Da, guck mal Den ist sold Den dreckigen ist sold Den dreckigen ist sold Der ist tot Okay Kein Schadensmenschen mehr Du schickst mich nirgends zurück, mein Lieber Du schickst mich nirgends zurück Ah, das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Aber Vielleicht Wo ist Kaira, die Blöde Okay, okay, okay So, den haben wir Und, komm schon Ja, er wird gleich geschildet Weiß ich Dr. Ghost da Legt wieder los hier So ist er, der Dr. Ghost da Ich seh ihn mal wieder nicht Ah, dieser Da ist er Da ist er Hallo Hier soll nicht immer geheilt werden Haben wir doch abgemacht Da ist er Ah, ich hab ihn gesehen Ich hab grad noch gesehen, wo er lang ist Boah, Kaira heilt aber echt auch schnell hoch Das muss man ja auch einfach mal so sagen Schön ist was anderes So, komm schon Dr. Ghost da Krasses Team Wir spielen echt gut, muss ich sagen Vielleicht können wir hier nochmal wieder ein bisschen mehr drausrotzen Ich muss jetzt eigentlich die beiden hier angreifen Okay, warte, dann hören wir hier auf Ah, shit, okay Da ist er Der ist ja gleich down Der ist ja gleich down Oh Gott Die hab ich Ne, ich fick die glaub ich nicht Die spielen echt zu gut Ah, ihr dürft doch nicht vergessen Wir haben alle Elite Skin, ne Die spielen glaub ich als Team zusammen Krasse Runde, ey Als Goliath haben wir vorhin noch gewonnen Und jetzt als Dingens Verliere ich hier als Geist Naja, noch haben wir nicht verloren Hallo, Dr. Ghost da Kommt in Yes Das war so wichtig Und jetzt der dreckige Medic als nächstes Jetzt kommt der scheiß Damage Stealer wieder Das ist doch nicht wahr Hallo Kommt, komm, komm, komm Der Support ist down Der Support ist down Da liegt doch der nächste, oder? Ne, der liegt immer noch nicht Hier, den Medic muss ich killen So, komm schon Medic Medic muss down Medic muss down Yeah Sauber Und Oh Gott Vorsicht, da sind Minen Oh, es ist so klar gewesen Habe ich nicht aufgepasst Okay, okay Kaira Kaira Weil dich Ich hasse dich Oh Das ist doch nicht wahr Hier Doppelgänger regelt Ey, ich verstehe das richtig Ich kann keinen Schleichangriff manchmal machen So, komm schon Diese, ich werde jetzt wohl nicht gegen Kaira verlieren Yes Boah Ich, das gibt's nicht Ich hab, alter Leute Ich hab, tut mir leid Ich hab echt nicht auf den Chat geachtet Weil gerade jemand gefragt hat Das, äh Es war geradezu krass für mich Das war geradezu krass für mich Wir haben's geschafft Wir haben gewonnen Oh Ey, Leute Sorry Ich komm nicht mehr klar Also, ich glaube In diesem Stream Hab ich die Beiden spannendsten Runden Überhaupt noch runtergerissen Alter Ich weiß auch nicht, ey Es war krass Es war richtig krass Es war richtig knapp Ich hab viele Fehler gemacht Ich hab wirklich sehr viele Fehler gemacht Ich hab sehr leichtsinnig gespielt Vor allem Und, äh Da kann ich auch mal ein GG raushauen Ich hab so leichtsinnig gespielt Äh Das hätte bestraft werden müssen Wurts aber nicht Ich hatte Luck Ich hatte echt Luck Und dann kam natürlich noch der Skill dazu Mein Gott Oh Mann, ey Es ist echt krass, Leute